Karl-Heinz Schnellinger ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Der Abwehrspieler war einer der ersten deutschen Profis, die ins Ausland wechselten. In Italien gewann er mit dem AC Mailand alle bedeutenden internationalen Titel. Mit der deutschen Nationalmannschaft nahm er an vier Weltmeisterschaften teil, konnte den Titel aber nie gewinnen. Karriere im Verein Im Alter von zehn Jahren trat Schnellinger dem Verein SG Düren 99 bei, für dessen Seniorenmannschaft er in der Saison 1957-58 still in der 2. Liga West auflief und in 21 Spielen sechs Tore erzielte. Er wurde im Frühjahr 1957 für die DFB-Jugendnationalmannschaft nominiert und nahm im April 1957 am UEFA-Junioren-Turnier in Spanien teil. Dort bildete er mit Fritz Pott das deutsche Verteidigerpaar. Spätestens nach seinem Länderspiel am 12. Oktober 1957 im Dress der Amateur-Nationalmannschaft gegen England an der Seite von Verteidigerkollege Willi Gerdau wurde er von Helmut Schön, dem damaligen Assistent von Bundestrainer Sepp Herberger, für höhere Aufgaben empfohlen. Nach der Weltmeisterschaft 1958 wechselte Schnellinger, der seine schulische Ausbildung in der Obersekundar zugunsten des Fußballs aufgab und eine kaufmännische Lehre erfolgreich absolvierte und zum 1. FC Köln, wo er in der Abwehr eine sichere Größe war. Unter Trainer Peter Schabo debütierte er am 2. November 1958 beim Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen in der Oberliga West. Bei der 0-1-Niederlage bildete er mit Georg Stollenberg im damaligen WM-System das Verteidigerpaar. Am Rundenende hatte er 19 Oberligaspiele absolviert und Köln erreichte mit der Wietzenmeisterschaft den Einzug in die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft. In seiner ersten Endrunde bestritt er 1959 alle sechs Spiele, der Südmeister Eintracht Frankfurt erwies sich aber als zu stark und gewann auch im Finale die deutsche Meisterschaft. Von 1960 bis 1963 gewann er mit der Elf von Präsident Franz Kremer vier Meisterschaften in der Oberliga West in Folge. Sein erstes Finale um die deutsche Meisterschaft erlebte er am 25. Juni 1960 mit einer 2-zu-3-Niederlage gegen den Hamburger SV. Mit den Geißböcken gewann er 1962 unter Trainers Latkocz Eikowski die deutsche Fußballmeisterschaft. Ein 1961, 62. im Endspiel besiegte Köln den 1. FC Nürnberg mit 4 zu 0. 1963 stand Köln erneut im Finale um die Meisterschaft, verlor aber mit 1-zu-3 gegen Borussia Dortmund. Den Ehrentreffer für den FC, die erzielte Schnellinger selbst. 1962 wurde er von den Sportjournalisten zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. Bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, bei der nur selten Abwehrspieler auf den vorderen Plätzen zu finden sind, belegte er 1962 den dritten Platz, 1963 wurde er Sechster. Nach der letzten Runde der alten erstklassigen Fußball-Oberliga, 1962, 63. Schnellinger hatte 131 Oberligaspiele mit 8 Toren, sowie 30 Entrundenspiele für den 1. FC Köln von 1958 bis 1963 absolviert, wurde er Profi in der Serie A in Italien. Schnellinger war über ein Jahrzehnt einer der weltbesten Abwehrspieler und kann ganz sicher zu den Großen des Fachs gezählt werden. Er war kopfballstark, hatte läuferisches Vermögen, eine gute Grundtechnik für den Spielaufbau und absolute Klasse im defensiven Zweikampf und war darüber hinaus ein glänzender Taktiker. Als die englische Fußballlegende Stanley Matifs 1965 im Alter von 50 Jahren ihren Abschied nahm, lud er die europäischen Spitzenspieler ein. Zum direkten Gegenspieler wählte sich der berühmte Rechtsaußen Schnellinger, den er für den besten linken Verteidiger hielt. Die Auswahl vom Kontinent schlug die englische Nationalelf mit 6 zu 4. Schnellinger wechselte im Anschluss an die Wietzenmeisterschaft 1963 für eine Ablösesumme von 500.000 Deutsche Mark in die italienische Serie A zum Asrom. Er erhielt ein Handgeld in Höhe von 350.000 Deutsche Mark und wurde zunächst für eine Spielzeit an den AC Mantowa ausgeliehen. Nachdem Schnellinger in Mantua eine starke Saison gespielt und sich glänzend in die Serie A eingeführt hatte, kehrte er zum Asrom zurück, wo er die Saison 1964-65 spielte. Doch bald wurde der Spitzenklub AC Mailand auf den Blondschopf aufmerksam und verpflichtete ihn sofort. Bei Milan spielte er mit vielen Stars zusammen und entwickelte sich im Land des Catenaccio taktisch weiter und galt als einer der besten Verteidiger weltweit. Mit dem Lombardischen Traditions-Club schwamm Schnellinger auf einer Erfolgswelle. 1967 Coppa Italia, 1968 Scudetto und Europapokal der Pokalsieger durch ein 2 zu 0 über den Hamburger SV. Ein Jahr später schlug Milan das Team von Ajax Amsterdam mit 4 zu 1 im Finale des Europapokals der Landesmeister. Damit hatte erstmals eine Mannschaft beide großen europäischen Fußballwettbewerbe gewonnen. 1969 kam der Weltpokal hinzu. 1972 und 1973 holte der AC Mailand zweimal den Coppa Italia sowie 1973 zum zweiten Mal den Europapokal der Pokalsieger. Doch Schnellinger wurde im Finale gegen Leeds United nicht eingesetzt. 1974 stand er zum letzten Mal in einem europäischen Cup ins Spiel. Der 1. FC Magdeburg, Pokalsieger der DDR, vereitelte ihm einen gelungenen Abschluss der Karriere. Kurz darauf unterschrieb Karl-Heinz Schnellinger beim Bundesliga-Aufsteiger Tennis Borussia Berlin ein Transfercoup, zum einen wegen seiner bisherigen Karriere, zum anderen deswegen, weil er bisher noch kein Spiel in der Bundesliga bestritten hatte. 19 Partien bestritt der Vater dreier Töchter für die Berliner, konnte den sofortigen Abstieg jedoch nicht verhindern. Der erfahrene Schnellinger wurde zwar sofort zum Kapitän gewählt, war aber mit 36 Jahren nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Und mit 89 Gegentreffern hatte Thebe die schwächste Abwehr der Liga. Schnellinger beendete seine aktive Laufbahn und ließ sich in Italien nieder. Dort lebt er in Seegrate nahe Mailand. Beruflich war er nach seiner sportlichen Karriere als Generalvertreter für Einbauküchen in Mailand tätig. Karriere in der Nationalmannschaft Schnellinger bestritt sein erstes Länderspiel für eine DFB-Auswahl am 31. März 1957 in Oberhausen beim 4-1-Sieg der DFB-Jugendauswahl gegen die Auswahl Englands. Danach absolvierte er noch drei Länderspiele beim UEFA-Junioren-Turnier in Spanien. Die Spiele gegen die Auswahl Ungarns am 14., Polens am 16. und Spaniens am 18. April 1957 endeten unentschieden. Für die Amateur-Nationalmannschaft kam er einzig am 12. Oktober 1957 in Lefort beim 3-2-Sieg gegen die Auswahl Englands zum Einsatz. Am 2. April 1958 gab der Verteidiger seinen Einstand in der A-Nationalmannschaft. Schnellinger hat seine Prüfung glänzend bestanden. Bei ihm gibt's kein Zögern, kein Zaudern. Kompromisslos zerstört er alle Angriffe, schrieb die Presse nach dem Spiel gegen die Tschechoslowakei. Herberger nahm ihn noch im gleichen Jahr mit zur Weltmeisterschaft nach Schweden, wo Schnellinger internationale Erfahrung sammeln sollte, und setzte ihn in zwei Spielen ein. In der Vorrunde gegen die Tschechoslowakei und im eher unbedeutenden Spiel um den dritten Platz gegen Frankreich. Angetan hatte es dem Debutanten vor allem Fritz Walter, den er bewunderte und zu dem er aufschaute. Der große Fritz war für den jungen aus Dürren der Idealfußballer. Sein Entdecker war der damalige Herberger-Assistent Helmut Schön, der auf Schnellinger in der Mitte in Auswahl aufmerksam wurde. 1962 fuhr Karl-Heinz Schnellinger unter anderen Voraussetzungen zur WM nach Chile. Als amtierender deutscher Meister war er nun eine feste Größe in Herbergers System. Obwohl die deutsche Elf nicht über das Viertelfinale hinauskam, hinterließ er einen starken Eindruck. Denn die deutsche Abwehr musste in vier Spielen nur zwei Gegentreffer hinnehmen. Deutschlands Journalisten wählten ihn daraufhin zum Fußballer des Jahres und er gehörte dem All-Star-Team der Weltmeisterschaft an. Bei der WM 1966 in England standen neben Schnellinger mit Helmut Haller und Albert Brüls zwei weitere Italien-Legionäre im deutschen Kader. Was der Mannschaft, die durch Jungstars wie Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath und Lothar Emmerich komplettiert wurde, mehr Qualität brachte. Deutschland zählte zu den stärksten Mannschaften des Turniers, nicht zuletzt wegen ihrer Abwehr, die bis zum Finaleinzug nur zwei Gegentreffer kassieren musste. Doch das Endspiel im legendären Wembley-Stadion ging nach einer dramatischen Partie mit 2 zu 4 in V an Gastgeber England. Bei seiner vierten WM 1970 in Mexiko organisierte Schnellinger die deutsche Abwehr. Sein einziges Tor, das er in 47 Spielen für die Nationalelf erzielte, war der Ausgleichstreffer im Halbfinale gegen Italien. Am 17. Juni 1970 im WM-Halbfinalspiel Deutschland gegen Italien im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt vor über 100.000 Zuschauern lag die Mannschaft Helmut. Schön seit der 8. Minute 0 zu 1 zurück. Es lief bereits die 91. Minute. Jürgen Grabowski flankte von links. Karl-Heinz Schnellinger griechte mit rechts. 1 zu 1. Den deutschen Kommentator Ernst Huberti verleitete das zu dem Kultausspruch ausgerechnet Schnellinger, weil Schnellinger seit Jahren in Italien spielte. Es folgte eine spektakuläre und bis heute berühmte Verlängerung. Italien siegte 4 zu 3 in V und noch heute spricht man vom Jahrhundertspiel. Deutschland wird schließlich WM Dritter. Am 17. Februar 1971 absolvierte Schnellinger beim 1 zu 0 über Albanien sein letztes Länderspiel und beendete nach 13 Jahren und 47 Spielen. Davon 17 bei Weltmeisterschaften in der Nationalelf seine Karriere. Erfolge Titel Deutscher Meister 1962 Italienischer Meister 1968 Italienischer Pokalsieger 1964 1967 1972 1973 Europa Pokalsieger der Pokalsieger 1968 1973 Europa Pokalsieger der Landesmeister 1969 1969 Weltpokalsieger 1969 1969 Vierter der Weltmeisterschaft 1958 Vize-Weltmeister 1966 Dritter der Weltmeisterschaft 1970 Persönliche Auszeichnungen Deutschlands Fußballer des Jahres 1962 Einstufung als Weltklasse in der Rangliste des deutschen Fußballs 1960 Sommer 1961 Winter 1961 62 Winter 1962 63 Sommer 1963 Sommer 1966 Sommer 1970 Winter 1971 Statistik Statistik Länderspiele 1 Tor für Deutschland 1 Amateur-Länderspiel 1. Bundesliga 19 Spiele Tennis Borussia Berlin Oberliga West 131 Spiele 8 Tore 1 FC Köln Endrunde um die Deutsche Meisterschaft 30 Spiele 1 Tor 1 FC Köln DFB Pokal 3 Spiele 1 1 FC Köln West 11 Spiele 3 Tore 1 1 FC Köln Neu-Europa-Pokal Der Landesmeister UEFA-Pokal 4 Spiele 1 1 1 1